Ja, hallo erstmal. Wer es nicht kennt, wollt ihr eine verbesserte Spielübersicht? Ihr habt viel zu viele Spiele und blickt da nicht mehr durch? Ähm, dann sucht einfach ein Spiel aus, eurer Wahl, macht rechtsklick, geht auf Kategorie bearbeiten. Jetzt schreibt ihr unten eine Kategorie rein, z.B. Fantasy Games, Ego-Shooter oder Scheiß-Spiele. Dann drückt ihr hier drauf, guckt dass der Haken drin ist und jetzt habt ihr es erstellt. Jetzt schwul ich mal. So, wenn ihr alles geschlossen habt, kann man es noch erweitern. Die Übersicht und wie ihr seht, alles ist hinzu da. Einfach so oben rechts drauf drücken. Jetzt habt ihr Vorschaubilder. Und das bleibt auch so. Ja, ich danke für's Zuschauen. Und wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Vielen Dank. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020